Jetzt stehen wir hier wieder am Campus Flandernstraße. Wie geht es euch damit, wieder hier zu sein? Sehr schön, also wenn man das so nennen kann. Wir sind gerade durchgelaufen durch die einzelnen Räume und dachten, da haben wir früher auch noch gelernt und uns unterhalten, studiert. Also ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Vor allem auch bekannte Gesichter gesehen, wieder alte Profs und die alte Wirkungsstätte wieder auf uns wirken lassen sozusagen. Es kommen schöne Erinnerungen hoch auf jeden Fall. Absolut, ja. Ein paar Sachen haben sich tatsächlich geändert, aber ansonsten einige der Profs noch da, die wir damals schon hatten. Wir haben ein paar Bilder gesehen von unserer Absolventenfeier oder von anderen Absolventenfeiern, von Studierenden, die wir selber noch kennen. Also ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.